Kann ich was für dich tun, Vollidiot? Wieso, wieso bin ich denn jetzt ein Vollidiot? Siri, ich will jetzt ein Vollidiot? Ich will jetzt, nein, stopp, 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 hör auf jetzt, mach doch Ende jetzt. Ein Satz sollte keine unnötigen Worte enthalten, ein Absatz keine unnötigen Sätze. Kannst du die Frage noch einmal etwas kürzer stellen? Halt deinen Maul. Halt einfach deinen Maul. Okay, ich hab hier oben gesagt, wieso bin ich denn jetzt ein Vollidiot? Siri, ich will jetzt ein Vollidiot, ich will jetzt dein Stopp, 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 Stopp. Hör auf jetzt, mach doch, mach doch endlich. Was?